Samstag, 14. November, 14 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, RCFC Kaiserslautern gegen RCFC Magdeburg, 1 zu 1. Afto, Spahik, Kevin Krauss, Hedme, Adam Holzeck, Hedmet Schiftri, Marlon Ritter, Genie Rondondo, Tim Ritter, Philipp Hescher, Karlo Schick in die Kirche, Marvin Puri, Daniel Holzeck, jetzt kommt RCFC Magdeburg, Marlon Behrens, Dominik Ernst, Kirchian Kühlin, Tobias Müller, Dori Jakobsen, Kopian Königer, Adrian Marjewski, Andreas Müller, Robert Hill Ulbramir, Lukas Solzhoffig, Tei, Tei Rüdiger, 21 Uhr alle 50, 16. Vielen Dank.